Hallöchen liebe Freunde, ich dachte mir, ich mache mal nach einer langen Zeit wieder einen Vlog auf meinem Vlog-Kanal. Tolle Idee, oder? Denn einige haben mich ja gefragt auf der Gamescom, ey Dennis, wann machst du denn mal wieder so ein cooles Video? Und heute ist es soweit. Ich wollte euch einfach mal kurz einige Sachen erklären, denn viele fragen immer, hey, wo findet man dich denn überall? Wo kann man denn deine Videos angucken? Wo kann man dich auf Facebook finden? Wie finde ich einen Livestream von dir und so weiter? Als erstes muss ich ganz kurz sagen, erstmal vielen Dank für eure große Interesse daran. Das freut mich sehr, super, kriegt ihr einen Daumen hoch von mir. Ich wollte euch ganz kurz erklären, ihr könnt mich auf Twitter finden, auf Instagram, auf Instagram, Entschuldigung, ja, auf Facebook natürlich. Facebook ist die wichtigste Seite in dem Fall, erkläre ich euch gleich noch warum. Und natürlich auf Twitch. Und das Ding ist, wer die Facebook-Seite von mir im Auge behält, also etwa so, ja, der weiß, dass dort immer Livestreams gepostet werden. Es werden dort Folgen gepostet, es wird dort auch mal ab und zu ein Bild gepostet und alles hängt so miteinander zusammen. Deswegen unbedingt auch in die Beschreibung mal unter dem Video gucken, dann wisst ihr ungefähr wann was weitergeht. Vor allem altes Live oder sowas. Es kann ja mal sein, dass was ausfällt. Und mir ist es halt sehr wichtig, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Nicht, dass ihr denkt, ey, der ist jetzt gerade am Faulenzen nach der Gamescom und so. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Es ist mir sehr wichtig, dass ihr auf dem neuesten Stamm bleibt und gemeinsam mit mir die coolen Welten wie altes, GTA und so weiter besucht. Und deswegen möchte ich euch unbedingt ans Herz legen, darauf zu schauen. Und Leute, die auf meinem Let's Play Kanal sind, die sollen einfach mal hier vorbeischauen auf dem Vlog Kanal. Da gibt es in naher Zukunft jetzt ein paar coole Videos. Ich habe mir überlegt, sowas wie, dass ihr mir Fragen stellt. Und ich beantworte die, so hier wie jetzt. Ja, zum Beispiel, wann bist du das erste Mal Auto gefahren oder sowas. Also solche Fragen, die werden wir dann auf Twitter verkünden. Also unbedingt den Vlog Kanal im Auge behalten. Dort kommt dann alles und dort wird auch alles erklärt, wann es weitergeht. Das war so ein kurzes Video und ich möchte noch darauf hinweisen, dass heute Abend um 20.30 Uhr ein neuer Livestream stattfindet zu GTA. Ich muss mal kurz den Arm wechseln. Zu GTA oder DayZ, wir wissen noch nicht, was wir zocken mit ein paar Jungs oder vielleicht mit mir und Curry. Ist noch nicht alles so sicher. Aber der Livestream findet auf jeden Fall statt und ich hoffe, du bist dabei. 20.30 Uhr auf Twitch. Einfach die Facebook-Seite im Auge behalten. Dort findest du alle Infos. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob du beim Livestream dabei bist. Wenn nicht, würde ich sehr traurig sein. Und ja, in diesem Sinne vielen Dank. Und bald startet übrigens noch ein cooles Gewinnspiel. Leendet euch an die GTA-Poster, ich hoffe. Naja, bis dahin und danke fürs Zusehen. Ich sage Tschüss und schreibt doch mal was Nettes in die Kommentare. Wenn euch dieser Kanal übrigens gefällt, dieser Vlog-Kanal oder ein Let's Play-Kanal, macht doch mal einen Daumen hoch, damit ich weiß, meine Arbeit ist gut für euch. Ja, das freut mich sehr. Danke und habt noch einen wunderschönen Tag.